Abmarsch! Tisch 2 will nicht bezahlen. Da machen wir gar nichts. Geht aufs Haus. Warum denn das? Hier müssen wir kurz treten. Das sind die Jungs von Jomel ohne. Jetzt erlebst du gleich mal, wie hervorragend wir unsere Kunden betreuen. Darf ich kurz stören? Der Pinguin hat da eben was gemurmelt, dass es hier Schwierigkeiten mit der Rechnung gibt. Verhält sich das so? Ja, durchaus. Von welchem Grund? Weil er ein übler Stinker ist. Ah, das sind natürlich erschwerende Umstände. Und wenn ich zur Kasse bitten würde? Kannst es ja versuchen. Mich könnt ihr vielleicht besser riechen als meinen Kollegen. Zeig her. Irgendwelche Beanstandungen? Grundsätzlich nicht. Acht Dollar für Speisen und Getränke gehen in Ordnung. Aber die 192 Mäuse für Bedienung finde ich doch ziemlich übertreten. Ist das nicht der übliche Satz? Das nächste Mal will ich die Rechnung auf einem Teller haben. Das war laut und deutlich, Chef. Mit dem wirst du doch auch noch fertig. Ein Zuruf und ich mische mit. Nicht nötig. Na ja. Du bist auf eine Mine getreten, mein Junge. Das wird noch ein sehr teurer Spaß. Fragt sich nur für wen. Verschwindet. Und ab heute habt ihr ihr Hausverbot. Für 30 Jahre. Hinaus! Wie ist das? Hinaus! Ah. Ah.